jo leute willkommen auf meinem kanal heute zeige ich euch mal wieder den shop ja wie viel uhr ist es es ist 15 uhr schon fast super ich hatte eigentlich schon davor ein video über den shop gemacht was ist passiert geil es hat nicht geschnitten das ging dann bis sechs minuten darauf hatte ich aber kein bock mehr und jetzt mache ich es neu also ich habe es gerade eben jetzt bemerkt auf jeden fall ich zeige euch jetzt mal schnell den shop der sieht dann so aus als erstes zeige ich euch mal bei den vorgestellten gegenstände dann war mal als erstes farmbomber für 1200 vorks dann noch in männlicher version dann der männliche noch ein so eine tasche in den rucksack für 1500 vorks passend dazu haben die noch beide was ist beide das muss man sich extra kaufen passend dazu haben die noch eine spitzhacke den schringenbogen brucht für 1500 vorks und dann noch bei den basketballern das die weibliche version für 1200 vorks dann ist der hier der männliche version für 1200 vorks beide dann haben die noch passend dazu eine spitzhacke sie nennt sich slam dunk für 800 vorks und dann noch mal ein hängegleiter korbzeit für 1200 vorks und an den seiten seht ihr da kommt die traut also ja geil da kommt nicht raus auf jeden fall man hört dann der lied meiner meinung noch ist es zwar geil aber wenn man es öfters benutzen ein bisschen nervig auf jeden fall das war es dann mit den vorgestellten gegenstände jetzt kommen wir mal zu den täglichen gegenständen da wollen wir als erstes pop block für 800 vorks ein emote das ist meiner meinung nach der beste tanz der welt den tatsächlich auch schon selber die ganze zeit dann haben wir noch mal eine spitzhacke imperium sacke für 800 vorks die sieht dann so aus dann haben wir noch mal ein skin das so die taxifahrerin für 800 vorks aber die nennt sich im spiel peitschenheb warum auch immer dann haben wir noch mal ein skin der nennt sich halt kreis killer für 1200 vorks dann haben wir noch mal ein hängegleiter der nennt sich für einfach wackelkopf also nur wackelkopf wackelkopf digga wackelauge natürlich geil wackelauge ihr fragt euch bestimmt warum wackelauge da oben sieht man es da denn es hat zwei wackelaugen für 800 vorks kostet es dann haben wir noch mal eine mode am wasser gebaut für 200 vorks der weint da einfach nur so komm warum weinst du wein nicht bitte nein geil auf jeden fall heute einfach mal so ansonsten war es dann mit dem shop für heute morgen wird dann natürlich noch ein video kommen über den shop so wie auch am jeden tag und schreibt es mal unten in die kommentare wie gehypt ihr bei der season 4 seit bei der season 5 also was da kommen wird ich bin auf jeden fall gespannt da seht ihr es auch noch einen tag aber es müsste doch eigentlich drei tage steht da es müsste doch eigentlich am donnerstag kommen oder oder doch am mittwoch keine ahnung mal schauen auf jeden fall lasst ein like da aber natürlich muss sein und ansonsten tschüss